Dieses Tool hat mein Leben verändert in Diablo 4. Alles dazu in diesem Video, bleibt dafür unbedingt dran. Liebe Leute, mein Name ist Fragnath, hier dreht sich alles rund um legendäre Games wie Diablo 4. Ich würde mich freuen, euch hier dauerhaft zu begrüßen und dieses Tool ist wirklich spielverändernd. Und das meine ich so, wie ich es sage. Ihr kennt es ja alle, die Höllenflut ist da und ihr sucht erst einmal verzweifelt nach den Chests. Vielleicht benutzt ihr auch, naja, die 4 Map oder ähnliches. Aber ich habe heute ein noch viel, viel cooleres Tool für euch, mit dem ihr die Chests sofort zielsicher findet. Alle Events zielsicher findet und die Helltide somit so effizient wie nur möglich abschließt. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr sogar dann 4, 5 Truhen pro Helltide schaffen. Das ist durchaus möglich. Vorher bedanke ich mich noch bei meinem Laptop-Sponsor Tulpa. Bei Tulpa gibt es aktuell 15% Rabatt mit dem Code Fragnath15. Und da könnt ihr natürlich jede Menge sparen, wenn ihr mögt. Würde mich also freuen, wenn ihr mal da vorbeischaut. Bei Tulpa geht es auch um Nachhaltigkeit, denn die bieten euch lebenslange kostenlose Wartung an. Ziemlich cooler Service, wie ich finde. Und wenn man überlegt, hier nochmal 15% auf. Ja gut, die sind jetzt gerade nicht auf Lager, die aber schon. Dann gibt es für euch da nochmal ordentlich was runter. Gerade bei einem Preis von einem Laptop sind 15% eine ganze, ganze Menge. Dazu packe ich euch den Link gerne in die Videobeschreibung. Wie gesagt, lebenslange, kostenlose Wartung. Ihr könnt euer Gerät alle 6 Monate einfach zu Tulpa schicken und dann wird es gewartet. Neue Kühlpaste und so weiter. Es wird mal nachgeguckt, ob alles stimmt. Ziemlich cool. Auch Gaming-Zubehör könnt ihr da finden. Und ja, gestern gab es auch ein gesponsertes Twitch-Giveaway von Tulpa. Das heißt, sie sind auch da sehr, sehr aktiv, was das angeht. Gerne mal reinschneiden, wenn ihr noch Gaming-Hardware sucht. Ziemlich cooler Partner. Und falls ihr aus Berlin kommt, die haben auch eine Flagship-Store in Deutschland am Alexanderplatz. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Ich finde, das ist ein super cooler Partner, der mich jetzt schon seit Ende letzten Jahres begleitet. Kommen wir zurück zu den Helltides und wie wir die möglichst gut abschließen. Es handelt sich um die folgende Seite. Helltides.com Und diese Seite, muss man sagen, ist wirklich imbar. Denn ihr kriegt da nicht nur angezeigt, wann kommt der nächste Weltboss. In meinem Fall in 4 Stunden und 11 Minuten. Ihr kriegt bald auch angezeigt, wann Legionen kommen. Nein, ihr kriegt auch einen Timer, wann die nächste Helltide ist. Also die nächste Höllenflut. Und wie lange die noch dauert. Auch super wichtig ist hier der Timer für den Truhen-Reset. Der ist ja immer zur vollen Stunde. Und dann werden die Truhen hier halt geändert. Es wird immer angezeigt, welche Truhe quasi gerade aktiv ist von den Truhen in dem Gebiet. Und hier seht ihr es dann, ja hier bei dieser Höllenflut können maximal 4 Truhen aktiv sein. Bei anderen Höllenfluten könnte es mehr sein. Und diese Truhe sollte jetzt hier aktiv sein. Und als erstes überprüfen wir die These, ob diese Events hier sind. Das finde ich auch super, super praktisch. Es wird euch angezeigt, wo die Events sind. Und die klappern wir ab. Das sind potenzielle Events-Spawns. So, also auf zum ersten Event, beziehungsweise potenziellen Event. Schauen wir mal, ob da eins ist. Und wie es mir scheint, gerade war da noch eins angezeigt. Und jepp, es ist tatsächlich ein Event hier vor Ort. Hat ein bisschen einen kleinen Spawn-Bug gehabt. Aber es ist auf jeden Fall da. Und somit können wir dann hier halt die Events machen. Das ist super, super praktisch. Immer auf helltides.com nach den Events zu schauen. Und dann wirklich die zu scouten. Da gibt es erstens natürlich dann super viele Glut. Und zweitens halt auch noch die Kuriositäten-Obolusse. Damit wir dann beim Kuriositätenhändler nochmal eine Runde reingamblen können. Und die passenden Items bekommen. Finde ich extremst nützlich. Und solche Events sollte man immer mitnehmen. Das lohnt sich gerade bei der Hellzeit natürlich massivst. So, reingelatzt und umgeklatscht. Ein Timer-Event haben wir hier. Es kam übrigens immer häufiger noch die Frage zu meinem Magier. Ob ich da nochmal eine Updated-Build-Version machen könnte. Und das möchte ich euch gerne auf jeden Fall bieten. Dass ich nochmal im Detail auch auf Stat-Prioritäten eingehe. Und nicht nur so grob das Ganze abhandle. Nochmal in Ruhe. Vielleicht mit dem D4-Build-Planner. Möchte ich euch auch nachliefern. Wird es auf jeden Fall kommen. Das kann ich an der Stelle versprechen. So, Event abgeschlossen. Wir gehen raus mit 36 Glut. Naja, geht besser. So, laut helltides.com ist hier eine Truhe und da ein Event. Und dann würde ich sagen, überprüfen wir mal die These. Gehen erstmal zu diesem nächsten Event. Und schauen, ob das da wirklich ist. Und schauen dann, ob die Truhe da ist. Auf jeden Fall Achtung vor diesen schönen Explosionen. Ich muss sagen, beim Chatlesen im Stream oder so. Da stirbt man da doch dann mal gerne. Bin ich immer wieder froh, dass ich Hardcore spiele. Äh, nicht Hardcore spiele. Und mich so auf den Chat konzentrieren kann. Mich würde auch mal wirklich interessieren, spielt ihr Hardcore oder spielt ihr normal. Für Hardcore übrigens nochmal ein kleiner Nebentipp. Auf jeden Fall eure Scroll of Return, eure Fluchtrolle nicht über das normale Wheel triggern. Sondern nochmal extra binden, an einer extra Taste binden. Denn so habt ihr nicht die Möglichkeit, dass ihr dann ein Emote macht, anstatt abzuhauen. Das ist vielleicht eine etwas bessere Wahl, muss man sagen. So, hier den kleinen Boss nehmen wir nochmal mit. Den Funkenruf. Und hier, wo das andere Event sein soll, ist jetzt aktuell keins. Jetzt gestern haben wir das Ganze getestet in einer anderen Höllenflut. Da war es wirklich 100% Trefferchance. Es sind halt nur potenzielle Events-Spawner. Aber auch das mega gut. So, also gehen wir jetzt hier zur Chest, würde ich sagen. Kommando zurück. Das Event ist gerade gespawnt. Also, irgendwie klappt das dann doch echt sehr, sehr gut hier mit der Karte. Wenn man dann ein bisschen hier verweilt, klappt es auch. Also auch hier nochmal eine belagerte Karawane zu machen. Und generell ist die Höllenflut natürlich zu empfehlen, weil die Gegner auch ein bisschen über euch sind. Und ja, mal ein Level, mal zwei Level. Ich glaube auch mal drei Level zwischendurch. Das gibt dann auf jeden Fall nochmal ein paar mehr EP als normale Mobs. Die Strategie ist eigentlich ganz simpel. Ihr macht so lange diese Events. Ihr klappert die so lange ab mit healthheights.com, bis ihr die 175 Glut zusammen habt. Und dann geht ihr eben zu so einer Truhe. Wichtig ist hier noch zu wissen, zur vollen Stunde ändern sich die Truhen. Und auch das zeigt euch healthheights.com an. Ich kannte die Seite bis gestern auch noch nicht. Wurde mir im Stream von einem Zuschauer geschickt. Und ich war halt wirklich hellauf begeistert, weil es super praktisch ist, meiner Meinung nach. Immer zu wissen, wo die nächste Höllenflut ist, wann die nächste Höllenflut ist, wo man genau hin muss. Das ist einfach extrem stark. Und ich meine, es ist eine coole Idee von Blizzard so mit der Herangehensweise, dass du dir quasi das zusammensuchen musst, wo die seltenen Truhen sind. Oder das gar nicht erstmal gezeigt kriegst vom Game. Aber dennoch, so, laut healthheights.com ist hier die Kiste. Das Ganze wird dann da so markiert, wie ihr das hier seht. Die leuchtet dann so und ihr könnt hier eben dann abstimmen, ob das stimmt. Das heißt, ihr könnt dann nochmal, das ist quasi die These von dem Tool, wo die Lampe ist. Die andere hat keine Lampe. Selbiges gilt für das zweite Gebiet unten. Und dann könnt ihr nochmal abstimmen, stimmt das Ganze wirklich. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt mal. Denn so ein Tool ist natürlich auch nicht hundertprozentig garantiert fehlerfrei. Aber es ist in jedem Fall eine große Erleichterung des Lebens. Ja, und es stimmt tatsächlich. Hier seht ihr die 175er Truhe. Ich kann sie noch nicht öffnen an der Stelle. Aber wir können jetzt abstimmen. Bedeutet hier einmal rein in den Lachs abstimmen. Und ihr müsst euch dann einloggen, wenn ihr da abstimmen wollt. Für mich bedeutet das Ganze, ich werde jetzt hier nochmal mehr Events farmen. Wenn ich Glück habe, ist das hier vielleicht sogar schon wieder da. Das heißt, erneut gespawnt, bis ich die 175 zusammen habe. Gestern ging das um einiges schneller. Bester Tipp ist auf jeden Fall, auch das in einer Gruppe zu machen. Das macht nicht nur mehr Spaß, gibt nicht nur mehr EP, sondern ich habe das Gefühl, dass die Density dann auch etwas höher ist. Allerdings nur eine subjektive Einschätzung. Und das Event ist wieder ab. Sehr, sehr cool. Dann machen wir das Event hier. Portalinvasion. Gibt natürlich auch immer bessere und schlechtere Events. Je nachdem, was ihr da reinbekommt, habt ihr dann entsprechend mehr oder weniger Gegner für mehr oder weniger Glut. Wenn ihr die Portale sofort wegmacht, habt ihr natürlich auch etwas weniger Gegner, theoretisch. Hoppala. Ja, legendär, dass ich hier auf jeden Fall den falschen Bildschirm gezeigt habe. Sorry dafür. Kann es auch leider in der Nachbearbeitung nicht fixen, da ich das Ganze so aufgenommen habe. So, ein letztes Portal noch und wir sind durch. Durch das Event. Und der Kommandant der Höllenflut ist da. Schon ein krasser Dude. Könnte sich halt dennoch lohnen für euch, einfach zwischendurch hier immer mal so ein bisschen die Mobs mitzunehmen. Aber bei Events habt ihr halt die Garantie, dass ihr auch noch die Kuriositäten kriegt für jeweils ein Item, was ihr vielleicht braucht. Vielleicht sucht ihr noch was Spezielles. Und ich würde sagen, wir scouten jetzt nochmal hier die zweite Truhe unten, damit wir auch nochmal feststellen, ob das auch wirklich stimmt. Das war südlich des Helltide-Symbols. Das heißt, das Symbol stimmt auch immer. Ungefähr hier müsste das sein. Also, aufi! Ich muss sagen, dieses Tool lohnt sich halt einfach ungemein. Einfach zu wissen, wann das ist. Das ist so gut, weil du dir dann halt nochmal überlegen kannst, mache ich jetzt wirklich noch ein Albtraum-Dungeon? Wann kommt der Boss? Wann muss ich aufpassen? Nimmt einem einfach so viele Fragen von Timing weg, dass man halt sich wirklich einfach nur aufs Genießen konzentrieren kann und sich das im Zweifelsfall sonst in den Kalender schreibt. Auch hier wieder ein Event, was korrekterweise angezeigt wurde. Ist ja legendär. Das nehme ich nochmal kurz mit. So, Kommandant der Höllenflut stirbt. Sehr gut. Die 175 haben wir jetzt auch fast voll. Jo, und Truhe Nummer 2 auch am korrekt angezeigten Ort. Also, ich würde sagen, dieses Tool ist wirklich der absolute Oberhammer. Kannte ich selber noch nicht. Wollte ich einfach mal mit euch teilen. So ein bisschen die Anwendung, wie ich das für mich benutze. Ich habe halt zwei Bildschirme. Das ist optimal. Ansonsten würde ich euch empfehlen, das vielleicht auf dem Handy zu öffnen, wenn ihr nur einen habt. Damit ihr halt einfach nicht die ganze Zeit raustabben müsst. Denn, ja, gerade auf Hardcore ist es halt super gefährlich, rauszutabben. Aber auch auf Softcore halt nervig, weil dich das halt öfters mal killen kann. Immer wenn ich da irgendwie was nachgucke oder so, wäre es eine Höllenflut. Sei es im Stream, sei es irgendwie, wenn ich alleine zocke, ja, dann stirbst du halt meistens. Und das ist natürlich Käse. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch den besten Tag aller Zeiten. Schaut, wie gesagt, gerne mal bei Tulpa vorbei, wenn ihr mich supporten mögt. Sehr, sehr coole Partnerschaft. Und dann sage ich, bis bald, euer Wald. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao. Macht's gut, Leute. Er braucht keinen Spell, er ist reist, nur wie ich nie. Wir chillen auf Plätze erst und jagen auf Zierin. Willi hat es kalt, wie der Winter ins Gelieb. Er will ja den Fähr, doch er hat sie nicht verdient. Er braucht keinen Spell, er ist reist, nur wie ich nie. Wir chillen auf Plätze erst und jagen auf Zierin.